Hallo Deutschland, hallo meine Freunde der gepflegten Automobile, heute sind wir in Hockenheim beim Jim Clark Revival. Ihr werdet sehr viele tolle Oldtimers sehen, Faszination pur, wie ich immer so schön sage, richtig tolle Autos, genießt es und wenn euch mein Video gefällt, vergisst nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen und ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, 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 ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020